Der Vorstandsvorsitzende wird in solch eine Thematik üblicherweise auch mit involviert eingebunden. Und so etwas ist bis dato nicht passiert. Insofern kann ich da mehr gar nicht zu sagen. Und ich würde es da auch ganz gerne halten, indem ich sinngemäß den Uli Hoeneß zitiere, der ja vor ein paar Tagen erst etwas dazu gesagt hat, dass zunächst einmal die Entlassung von Max Eberl Sache von Leipzig ist und der FC Bayern damit nichts zu tun hat. Alles andere Spekulationen und das werden wir dann sehen.